Ich hab ihn getötet. Ihr habt einen drauf rumgeballert und ich hab ihn getötet. Aua! Ich hab dir angehört. Boah, Alter, ernsthaft. Was ist hier los? Und wo schießen die denn? Ach, schade. Ich blick nicht durch. Nee, ich bin auch grad so ein bisschen neben der Spur hier. Hab ich 0 zu 10? Oh, du Wichskopfdreck, Mistturm, Mist. Lalalala. Sag deinen Kameraden, was im letzten Laufstuhl. Was im letzten Laufstuhl. Ach, laber doch nicht so ein Mist. Rede doch nicht so ein Zeug. Das interessiert doch keinen. Könnt ihr mal ein paar so Calls geben? Also sagen, wo wir jetzt sind. Ah, da hinten haben wir. Nein. Ähm, hat er. Au, au, au. Kommt schon. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Tö, tö, tö. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Fick, tö, 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 tö. Das habe ich schon gemacht. Er hat mich abgestochen. was soll ich ihnen denn sagen junge könnte man will die man auch verschreiben der hrlp das band hier wieder rum ist der wahnsinn ja meine freunde werfen dich befinden und ich werde die besiegen ja ich habe es ihnen gesagt dass ich dich angreifen soll sagt deinen kameraden was im letzten love story gewesen war was sag es ihnen doch was denn live stream war live stream quatsch doch echt ich hab's einfach mal vorgelesen was das entsteht und hab's geantwortet vielleicht keine ahnung hrlp verwirken normal cool von rechts egal meine drei freunde werden so werden doch tüten sind bei dem gegner von dir platz 12 also 12 und der gerade alles klar was was also wenn du mich schon ärgern willst dann machst du wenigstens in deutscher sprache das ist wahnsinn ich glaube gott und die welt ist besser als wir keine freunde mit der tüten sollte da kommen ich komme mit watte belcher wenn sie mögen wenn sie halt mögen deine freunde des männer wurde vor denen knien sollen sie das machen wird es mir ernsthaft sorgen machen wenn männer wollen dass männer vor ihnen ich bin ich habe sie gerade glorreich zugehört nicht ich bin ich habe auch kippt могу bekam nicht zu der mit dem messer der als platz eins und platz zwei ist es ist mir doch egal ich glaube ihr sowieso kein wort mein gott das ist immer das ist immer komisch dass die freunde von irgendwelchen leiden immer die sind die auf platz 1 und platz 2 sind immer ganz komisch das ist das ist echt das fällt auf freunde macht doch mal das sei doch geht doch mal logischer an die sache und sagt der bleiche platz 3 und platz 5 ist nein platz 1 platz 2 natürlich immer doch ich will zum game check was bist du da wo bist du hinter dir hinter dir was passiert habt ihr gerade habt ihr gerade den den bug gesehen wie die waffe um den wohnen das ist momentan noch von rechts ja ich habe war bei uns geirntet wie kann man sich noch mal hinlegen ja ja auch eine sehr super taste ich schieße auf einer wobei der wird voll hochgeschleudert der letzte live stream von dir hatte ich ein zwölf jahre altes ja wahrscheinlich stühle so da gibt es einen sack erhangen auflöst und ordentlich kommentiert so achten lassen wir gegner bei uns im b dynamo ist die dynamo sagt immer das bei ihm eckberg sagt immer sechs oder kriegst du hast du auch nicht selbst an das war nicht geplant warum war es auch der schreit hinter der hinter der dünne ist das neber dankeschön aber das ist doch endlich mal ein nützlicher beitrag ramon hat geschrieben hangar alp mach mir mal den gefallen und halt die fresse die nirgendwo ich werde jetzt glaube ich auch erstmal kommentare nicht mehr vorleben wird sonst nervig auch für euch liebe mögeln ja ist ein bisschen weil es einfach eine dumm fick ist dieser dreckige scheiß flugzeug weil du hast nämlich gerade zum gleichen moment die geräusche gemacht ich habe gedacht ich bin doch auch mal wenn du siehst du hast du ausgesprochen ich bin bei jedem ich weiß nicht aber egal noch zu spüren gerade im Moment habe ich mich verarschen hier oder was auch ich sag ich muss pistole nehmen das habe ich den mit einem schuss hallo 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 die weg zu lieben ich komme ich gucke immer schon mal das ist das ich zu besagen über rd zu den ländern oder in der stadtstuze nachdaten überdrucken zu verheiratet sind aber kann ich aber habe ich ich hab doch die noch mal kostenlos zweit kündig einstürzt im vierten auch mal Prozent Hey! Hey Sieb! Auf der Klinie! Obwohl ich richtig... Halt deine Stresses... Ach Richard, ich wollte mich nicht machen. Entschuldigung. Hey Blue Hunter! Servus! Hey Blue! Ja, Raman, lass bleiben. Ich kann ihn auch gerne einfach hier blockieren. Das kann ich gerne machen und dann ist hier Ruhe und Chat. Aber... Oh! Und der KT ist noch weiter gesunken. Was ist das? Ne, unsere KT. Was? Dynamo schon Rang 28? Was geht mit dir ab? Naja, ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe ein bisschen gespielt. Ja, ich habe ein bisschen gespielt. Ja, ich habe ein bisschen gespielt. KT. Geh mal auf den Trott und siehst du dann... Ich fliege mal als Bomber. 20 kill, 73 death. Naja. Also... Oh, ist doch schwer als Bomber. Ich wollte eigentlich, dass wir uns verbessern, nicht dass wir uns verschlechtern. Wieso bist du... Ja Dynamo, dann musst du das mit anderen Längen spielen. Wieso? Was hast du für ein Problem? Wir sind doch alle im Bordescream. Ehrlich? Also... Ich bin hier schon drin. Ja... Ihr dann glaube ich gleich. 2... 2... 1... Da... 4... 4... 2... 3... 1... ASKALMEN 3... 5... 5... 4... kann ich machen sobald ich sterbe das dürfte so weit passieren aber ich geht es zu anders warum schießt Ich stürze auf die Flügel, oh nein. Und stürzen sie ab? Ja, sie stürzen ab. Ich stürze keine Atme noch. Geil, auf dem Dach. Ich bin tot. Scheiße, bin ich tot. Flammenwerfer? Ja. Gib ihn, Baby. Heiz ihn ein. Ja, ich bin hinter dir. Komm, Baby, heiz ihn ein. Ich stehe auch hinter dir, aber nicht bei dir. Nein, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Ich bin nicht gegen Gegner, weil du weggelaufen bist. Du wirst dann spätestens, wenn du liegst, hast du den Gegner gefunden. Ja. Kein Nö. Du wirst mal stehen. Ach Gott. Ich mach mal zwei, ich probier mal einfach. So, danke schön. Oh, ich bin noch verschlafen. Da oben ist einer. Das ist ein Pferd. Jo. Das ist ein Pferd. Ah, jetzt haben wir sehr schön. Ich hab hier gerade eingesehen. Da kommt ein Pferd lang. Mh. Mh. Kammer, äh. Was hast du gucken? Keine. Hause, ich begrüße Sie. Ja, auch blühen. Oh, ist das geil. Damit sieht man richtig viel und alles. Alter, hier haben Häuser kam sich das an, äh, wirklich. Hörst du mir da aus. Ich geh 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 mir da aus. Hier, guck mal, guck mal. Alter. Uaaah. Uaaah. Okay. Ohaah. Scheiße, den Dings ist einer. B, äh, C, A, B, C, Y. Oh. Ich geh jetzt mal zum Zeichen. Du hast doch tot. Warum markierst du den? Ne. Geh mir da. Kack. So. Pinamo Regierungen. Gasbrenner. Aber ich sehe gerade nur Benzin. Das ist jetzt alles hier mit Benzin. Hallo. Äh. Irgendwie. 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 Lass ihn mal rüber zu D. Lass ihn mal rüber zu D. Lass ihn mal rüber. Weißt du, was irgendwie falsch läuft? Dynamo, der spritzt die ganze Zeit Benzin. Läuft ein Flammen vorbei und dem passiert nix. die namen was machst du was wir startet was haben vor wo dann wenn er die achtung das nenne ich mal einen geilen abend ungeblendend zocken zuzuschauen und dabei eine wasser ja wir probieren jetzt mal flugzeug zu finden ich weiß ich kann es nicht okay ich gehe aus dem flugzeug wieder raus wer war es das ist genau vom felsen gepackt gewesen das kann ja noch schief gehen auf jeden fall ist jetzt wieder am spornpunkt flugzeug der panzer rammt mich und schmeckt mich genau zu meiner granate ich werfe eine granate ans haus mauer ab hinter mir kommt ein panzer von uns und schmeißt mich genau so meine granate tot das ist nicht mein tag heute ich bin so schlecht du auch cool also wird es gut oder was wir noch kurz ich habe ein dicker gut weiter geht es ja ich wüsste es mal ich muss mir das auch mal eingewöhnt mit den scheiß ich habe ja auch ein healer mädchen mädchen san lisa die nummer wissen rechts von dir warum ich hatte eigentlich gedacht hier ist aber ich hätte eine sniper ich will rüber zu f panzer kommt aber da hat eine andere richtung alles klar ich habe jetzt leider das sowieso ist dein geschützt wie du vorst mein gott sauber hier erst hilfe mich schon nicht doch du bist fast tot du warst fast tot nö da ist einer sehr schön ich hab ein eisie ich hab ein eisie was passiert hier was zum wunderbar das war doch mal zusammenbleiben dann funktioniert das auch in g tun wir gerade oben g wo ist g hier hier möchte jemand die entgegen hier angemacht du mal macht du mal seit er zeigt den jungs mal was du kannst m so wo gehen wir hin aufgehe es gibt es gibt nämlich einmal flammwerfen einmal mg da kommt er kurz wer ist hier aber ich bräuchte aber ich habe ich habe auch ein ding medik leider du zwei heiler sind gar nicht schlecht weil du zwei können wiederbeleben ja aber ich habe keine ahnung welche tasten ich trink muss sehr gut ich bin geflogen er kann gelaufen und ihr habt ja an die tank granaten ich sage ich sage ich sage mal sag mal zu zeit ja zurzeit gibt es nur diese map und zwei spiel spiel aber alle auf dieser map spiel aber russia ist auch ganz cool das können wir als nächstes mal machen ja wo einer ist schön bei euch und ihr fliegt gefällt achten die kommen ich habe den tank schon mal 28 runter geschossen ich gebe ein ongel mit rein und das tut ich spaw mit sergeant ich bin hinter dir ist ein panzer was er langfährt bei 10 wo genauer unter da ja ja so wir da du ich gehe zu wen gehe ich denn ich gehe zu 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 au i Am ich bin vier ne jetzt ne we läitt han nur der me flieg hier und hier den Ah wahnsinn was seid ihr denn ich habe einen, ich habe einen, aber ich bin tot ja, ja, links ist alles voll bei C ist alles voll ich gehe zu, ich gehe zu, äh, Möller, äh, Mensch, die Nero, der da ist, genau, da ist ja, ha, 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 ha hallo alter was macht ihr denn hier sterben was war das denn wirst du mich verarschen oder was ich stehe vor dem und bol steht drauf der fällt nicht um die dreck sau keine kein kommentar leide was gerade in der hand hatte der lehrung liegt sich dahin weil er zu viel kölsch das war eine kleine anstieg hallo der agro lässt sich auch wieder blicken ich habe versucht zu schlagen kann mich ja dann wiederbeleben kann mich ja wiederbeleben so stehst nicht auf ich ja genau ihr habt ihr gesagt ich soll ihn nehmen oder zumindest habe ich gesagt ich nehme den nächste mal ja jetzt brauchen sie wieder medik habe ich einen medik brauchen sind support ist gestorben ja ich nehme jetzt wieder medik und wir bleibst du die lange und wir bleibst du aber gerne macht ja ja nein das ist keine ahnung ich wechsele mal mehr ein bisschen probieren der hat sein rechtes sein linkes rad in mein auge gedrückt das gibt es doch gar nicht er ich denke muss ich den hier überhaupt noch vorziehen ist es bei dem stück das was bei dem spiel stimmung vor vorziehen wir stinkt naja ich bin damit das schneiber von welchen schon aber wenn normalen hier nämlich nur warte ich bin ich hab heilung heilung hat es kommt zu euch hallo ich wollte ich wollte ich wieder ich bin mega schlecht drück mal vier oder drei nicht 444 warte dankeschön so schön auch bei der Kopfpanzer Ruhm für mich der Grund und ich liebte wenigstens dass wir hier die müssen aussteigen aber die haben uns ja auch bei der Kostrup gefahren das ist immer so viel Ich bin auch noch da, Onkel, ja klar bist du noch da. Ja, alles super, alles super, super, super. Ich bin mal leisen, wenn Gamer Ruhe haben. Das ist ja nett von dir. Ja. Warum, was trotzt denn, eh, was trotzt, was trotzt ihr denn jetzt alle im Chat rum? Ich bin auch noch da, mimimi, ja, ich weiß, ihr seid alle noch da, das finde ich so toll. Aber wenn ich hier mitten in der Ballerei bin, dann ist es ziemlich schwierig, irgendwelche Kommentare zu lesen. Dann müsst ihr mich schon mal verstehen. Oh. Leon, du bist doch ein, du bist doch ein treuer, äh, äh, ein treuer Livestream-Gucker. Ohne dich geht das schon gar kein Livestream. Vergnüge dich. Och Mann. Hui, komm weiter. Nee, ich geh hinüber wie einst. Äh, du musst da, warte mal, da kommt links einer, links ist einer. Irgendwo ist hier links, ich hab grad einen gesehen, verdammte Scheiße. Da. Ja, ich hab ihn weg, Alter, auch wenn ich ein ganz komplettes Magazin an einen einzigen verrotzt hab. Aber ich hab ihn weg. Ach du, da kommt ein Panzer von rechts. Ja, da ist er. Na ja, kein Panzer, aber Fahrzeug zu uns. Da kommt, der kommt. Links, 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 ist weg. Au. Du hast, äh, Anti-Tank-Granaten, Onkel, ne? Auf vier oder drei. Oder zwei. Komm schon, dreh dich, 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 du scheiße. Nee, nee, das hängt, äh, der unbündlich ist, ja. Komm schon. Komm schon. Bäh, aber ich hab ein Auto. Das haben wir verloren. Ja, scheiße. Mein letzter Team war was. Danke, aber ohne dich würde es auch nicht gehen. Bin ich ja gerade mit da. Voll, ich bin gelaufen mal. Ja, ich bin gelaufen.